Musik Wir beginnen diese DVD mit einem kurzen Abriss der Geschichte der islamisch-orientalischen Stadt. Musik An den Ufern von Euphrat, Tigris und Nil entstanden einst die ältesten Stadtstrukturen der Erde. Anhand des idealisierten Modells der traditionellen islamisch-orientalischen Stadt werden wir folgende Aspekte betrachten. Den städtebaulichen Aufbau der Altstadt, auch Medina genannt. Und ihre Funktion und sozialräumliche Gliederung. Wir beginnen mit der traditionellen chinesischen Stadt der Kaiserzeit. Musik Die Stadt dieser Zeitperiode ist sehr stark von der chinesischen Volksreligion beeinflusst. Es besteht eine enge Beziehung zwischen der religiösen Vorstellung und der Stadtstruktur. So sind die Städte im alten China nach den sogenannten kosmischen Gesetzen angelegt. Der Grundriss der Stadt ist ein Abbild des Kosmos. Musik In diesem Film geht es um die japanische Stadt. Wir beschäftigen uns zuerst mit den alten, traditionellen Burgstätten der Feudalzeiten. Danach beleuchten wir die jüngere Geschichte der japanischen Stadt nach der Auflösung des Feudalsystems. Musik Das Modell der Post-Apartheid-Stadt zeigt am Beispiel von Johannesburg die Auswirkungen der neuen sozialen und ökonomischen Veränderungen. Alte und neue urbane Strukturen überlagern sich. Es kommt zu einer stärkeren Durchdringung der bisher rassisch abgesteckten Grenzen der Stadt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020